Meine Kollegin Janine Hildmann, die ist im Thema. Ich will es nochmal direkt fragen. Warum hat sich der DFB diesen Zeitpunkt ausgesucht und die Entscheidung nur per Pressemitteilung mitgeteilt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und momentan, Stand jetzt, kann auch nur der DFB diese Frage beantworten. Der schweigt allerdings heute. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem DFB heute nochmal per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Wir haben eine Interviewanfrage an den DFB gestellt. Man verwies allerdings auf diese Pressemitteilung von gestern Spätnachmittag gegen halb fünf. Wurde sie ja publik gemacht. Und wenn man sich diese Zeilen da genau anschaut, ja, dann ist es eben einerseits eine wirtschaftliche Entscheidung. Das ist mit Sicherheit der ganz große Punkt. Und einerseits versucht der Deutsche Fußballbund das Ganze so zu erklären, dass Nike vor allem eine inhaltliche Vision abgegeben hätte, wie man sich eben den DFB in der Zukunft vorstellt und eben auch, wie man gerade den Breitensport, den Amateursport unterstützen kann, aber auch den Frauenfußball. Überraschend ist in der Tat, dass eben große Teile des DFBs gestern auch überrascht waren über diese Mitteilung, dass man nicht mehr mit Adidas ab 2027 zusammenarbeiten möchte. Unter anderem der U21-Trainer Di Salvo, der hat sich gestern dazu geäußert und hat eben gesagt, das kam überraschend, da gab es überhaupt gar keine Anzeichen für uns. Und deshalb ist durchaus davon auszugehen, dass die Pressekonferenz heute Nachmittag in Lyon spannend werden könnte. Das deutsche Team ist ja gerade auf dem Weg dorthin. Morgen spielt man ja im EM-Vorbereitungsspiel gegen Frankreich. Und da wird mit Sicherheit die eine oder andere Frage auch an den DFB-Trainer, an Julian Nagelsmann, in diese Richtung mit Sicherheit noch mal gestellt werden dürfen. Welche Rolle spielt denn die finanzielle Situation des DFB? Ja, definitiv eine sehr, sehr große. Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen. Es gibt da durchaus Zahlen, die im Raum stehen, dass Nike möglicherweise das Doppelte geboten habe im Vergleich zu Adidas. Fakt ist, das Ganze lässt sich nicht bestätigen, denn der DFB spricht über keine Zahlen. Der DFB hat lediglich deutlich gesagt, dass Nike das beste wirtschaftliche Angebot eben abgegeben habe. Und das sei eben durchaus auch aussagekräftig gewesen. Nike selbst feiert übrigens diesen Deal, diesen Erfolg durchaus groß heute. In einer Telefonkonferenz hat der Konzernchef mitgeteilt, dass man sozusagen sein Bestes gegeben habe und dass, wenn man eben sein Bestes gebe, man von niemandem zu schlagen sei. Also das war ein durchaus selbstbewusstes Statement und hat eben auch durchblicken lassen, dass man dem DFB skizziert habe, wie man sozusagen nicht nur den DFB als globale Marke an den Markt bringen möchte, sondern eben auch einzelne Fußballspielerinnen und Fußballspieler, die sozusagen als globale Helden dann auf den Markt bringen möchte. Und es gibt ja wirklich prominente Kritiker. Merz haben wir gerade gehört, der CDU-Chef, auch der Bundeswirtschaftsminister. Die sind nicht allein mit ihrer Kritik, oder? Nee, definitiv nicht. Auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat sich ja heute bei X, also ehemals Twitter, geäußert. Er spricht da selbst von einer Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Also das sind sehr klare Worte. Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat gesagt, diese Entscheidung des DFBs weg von Adidas und hin zu Nike, das sei schon ein starkes Stück. Und weiter, so sagt er, der Weltmeister trägt Adidas und eben nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Der Kanzler übrigens wurde auch auf das Thema angesprochen. Der hat sich zurückgehalten, hat gesagt, das ist eine Entscheidung des Verbandes. Es ist eben ein Stück weit, glaube ich, deswegen die Diskussion so groß, weil es ist ja kein Geheimnis, dass es dem DFB wirtschaftlich schlecht geht. Der letzte Finanzbericht gibt da klare Auskunft. Man hat einen Verlust kommuniziert von 4,2 Mio. Euro. Das ist eben einfach eine Realität, mit der der DFB versucht eben umzugehen. Und auf der anderen Seite ist dieser Standort Patriotismus. Und es ist eben auch einfach die Tatsache, dass man natürlich mit Adidas jahrzehntelang historische Erfolge gefeiert hat, eben mit einer deutschen Marke. Und deshalb, denke ich, erhitzt das eben auch einen Tag später noch die Gemüter und eben auch sehr groß im Netz. Ein Detail gibt es ja noch. Der Vertrag, der gilt nicht ab sofort, sondern ab 2027. Könnte der Wechsel auch schon früher kommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe heute Morgen noch mal Kontakt aufgenommen mit Adidas selbst, habe genau diese Frage gestellt, ob man möglicherweise eben jetzt frühzeitig zurücktritt. Der Vertrag läuft eben bis Dezember 2026. Adidas selbst hat auf diese Frage keine Antwort gegeben, sondern man hat noch mal darauf verwiesen, dass man eben vorgestern vom Deutschen Fußballbund darüber in Kenntnis gesetzt worden sei, dass dieser Vertrag eben Ende 2026 ausläuft. Und vielmehr hat man darauf noch mal hingewiesen, dass eben das deutlich diskutierte, pinke neue Auswärtstrikot des DFB-Teams eben gerade so viel Absatz findet wie wohl noch nie. Also das ist natürlich eine Marketing-Aussage. Aber in diesem ganzen Kontext und auch in dieser Diskussion ist es mit Sicherheit auch eine Botschaft von Adidas, ganz besonders an den DFB, zu zeigen, wir liefern auch ein gutes Sponsoring, wir sind ein toller Ausstatter und da wird die Enttäuschung mit Sicherheit groß sein und alles andere wird man mit Sicherheit in den nächsten Monaten sehen müssen. Johnny Hülpant, vielen Dank. Vielen Dank.